Oh, die haben ein Messer. Die sind ja fast so schlimm wie ich. Willkommen zu einer Runde Wingman zusammen mit Hartun. Hallo. Dass einfach über einen Stein nach oben rushen, die ist das, und dann einfach Spinboard im Moment sein muss. Vorteil, wir sind im Haus. Nachteil, wir sind im Haus. Jo, da haben sie recht. Außen. Äh... Jo. Jo. Nope. Geraten dürfte, war der hinter mir. Hm, ja. Hey, ich hab richtig geraten. Ich weiß gar nicht, ob es irgendeine Map gibt, die sehr fair ist. Also Lake ist eigentlich die most balanced Map, finde ich. Ich weiß noch nicht, aus welchem Grund ich keine, ähm... Ah, vor mir! Nein! Ich hab vergessen, dass es kein Valorant ist! Hello Darkness, my old friend. Ach, Mann, ich hab hier rechts gekriegt. Der hat minus 81. Ach, ich bin so dumm. So Leute, zu Beginn einmal kurz. Schaut unbedingt auch mal bei Hatun, beziehungsweise bei Hartun auf YouTube vorbei. Und auf seinem Twitch. Lasst ein bisschen Liebe da. Ha, 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 blausma, blausma, blausma. Folgt mir auch auf meinen anderen Social, also folgt mir vor allem auf meinen Twitch auf. Und abonniert mich natürlich auch hier, wenn ihr es noch nicht getan habt. Alles in der Beschreibung, außer ich bin wie immer dement. Dann bin ich halt wie immer dement. Okay, diesen Spot habe ich noch nie von jemandem gesehen, ne? Gar nicht. Irgendwas sagt mir die Mögen-Map. Irgendwas sagt mir, das sind Wahnsinn. Ja. Hm, was sagt mein Geldmanagement? Warum kriegen wir solche Gegner? Ich hab immer noch keinen Rang, das ist ein bisschen unfair. Nee! Doch! Der hat da getrillt, was? Das ist es hier für eine Runde. Willst du etwas aufnehmen, was wir gewinnen? Wir können gerne Matchwanking spielen. Oh Gott, nein, nein. Gewinn nicht. Töten. Tatsächlich gab es eine Zeit, wo ich wirklich nur Wingman-Aufnahmen benutzt habe, die ich gewonnen habe. Ich glaube, er weiß, dass wir wissen, wo er ist. Ich finde das unfair. Ich würde zumindest leichte Gegner, bis man einen Rang hat. Da du 18 mal durchgespielt hast. Über mir. Ich habe ihn angehittet mit der... Hinter dir. 15 HP. Ja, der jumpt mich gleich runter. Hallo, da. Sag ich doch. Ich treffe ihn trotzdem nicht. Ach, Mann. Wieso drücke ich ihm an mit einer AWP, Digga? Wo sind wir hier gelandet, Digga? Wir sind hier eigentlich gerade in Zulub Tustanien gelandet. Wir sind hier in Frankreich. Gibt es eine Handfahrspots, wo Leute immer stehen und irgendwie stehen die Leute da drin? Einer ist... Einer ist jetzt in der Hölle, endlich. Oben habe ich gekillt, aber der andere wohnt und so lebt noch. Ich finde meine Infos sehr präzise. Sehr schön. Hey, 5-1. Ich meine, wir nehmen Fahrt auf. Bis zum Ende der Map haben wir vielleicht auch noch schon eine zweite Half. Eine zweite Half oder eine zweite Runde. Gut, man muss dazu sagen, bis zum Ende der Map haben wir tatsächlich auch eine zweite Half. Ah, jetzt spielen die so, wie man eigentlich spielt. Krass. Und das will ich niemals von mir werden. Werden? Werfen? Krass. Anyway, ist auf jeden Fall relativ nice deutsch. Ja, Bro, wo kämmt denn der? Ja, okay. Ich würde mal sagen, wir haben es jetzt spontan zu einer City Map erklärt. Und jetzt wird mein Universe-Cut-Style gefahren. Weil ich habe nicht vor, heute noch einen D-Rank zu kämpfen. Und Alex? Ja? Schau mich an. Wenn ich jetzt einen D-Rank kassiere, müssen wir so lange grinden, dass ich wieder einen Up-Rank kassiere. Ach Gott, ich treffe gerade gar nicht. Das ist so enttäuschend. Ich habe vergessen, dass das kein Valorant ist. Keine Ahnung. Einer hat minus 95 und der andere ist... Ne, das Haus. Das ist der mit minus 95. Äh, 65, sorry. Die wollen nicht ernsthaft in der Snowpack... Alles klar, Bro. Laufen. So, die werden jetzt beide gemutet. Ja, aber die Typen sind auch um Memes. Die geben einen im Drehen. Ähm. Ähm, okay. Also, das können sie nicht die ganze Zeit machen. Aber wieso? Sie wollen Trollen. Ja, verständlich, aber... Aber ganz ehrlich, jetzt, jetzt, jetzt. Also erstens, irgendwann bekommt man ein Bad dafür. Was ist das? Ja gut, dann kannst du eh das zweimal machen. Mindestens. Äh. Haha. Ihr Lie... Alter, es wurde gewartet. Okay, wir könnten das noch drehen. Klar, es ist der jetzt mit einer Person. Ja, das finde ich so stupid, ne? Ja, gut. Ja, was? Der macht die Fenster auf. Das habe ich gemacht. Ich habe ihn gesehen. Jaaaa! Ne. Oh, da habe ich gepanickt. Smoke. Flash. Und dann. Guck mal noch, dass er runterspringt. Die Spiele ist sehr schlecht. Hört mir gerade auf. Schön. Aber ich habe ihn. Sexy knife. Sicher, dass du es mir nicht traden willst? Danke. Ich kann dir danach erzählen, wie ich das bekommen habe. Wenn ich das so sagen könnte, dann denke ich habe ihn gescannt. Ja, ja. Ich kann immer darüber reden, dass der Grüne mir immer noch vorkommt, als würde er cheaten. Nein. Fuck, er ist auf der Veranda. P90. Boah. Dass der das einfach holt. Ich glaube, der hat das. Boah. Ich spiele auch P90. Aber ich will nicht. Aber ich mache es trotzdem. Genau. Das war mal wieder 500 IQ Play of the Day. Er ist irgendwo bei der Pflanzenecke. Schön. Ich weiß nicht, ob das die nettesten Menschen der Welt sind oder die schlimmsten. Siehst du, nur weil ich die Freundschaft geschlossen habe am Anfang mit denen. Meinst du, nur weil du mit ihnen gewibed hast? Richtig. Ich flash mal hier rüber. Er flash da auch rüber. Ich sehe ihn. Schön. Well. Er ist direkt geragequittet. Warum machen die das denn? Ich verstehe es nicht. Naja, ich glaube, dieser HE, damit wollte er sich nur selber killen. Er hat dann aber aus Versehen seinen Maid gekillt. Kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, das war unglaublich stupid einfach nur. Aber so holt man sich hier die Kills. New Ranks. Was hast du? DMG. So Leute, wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir sehr gerne mit einem Like. Einen netten Kommentar. Abonniert mich, wenn ihr das noch nicht getan habt. Schaut auch unbedingt bei Alex vorbei und auf unsere anderen Socials. Also auf meinen und auf seinen Twitch natürlich auch. Alles unten in der Beschreibung verlinkt. Wie viele Likes wollen wir auf diese Folge sehen? Acht. Lass ich realistisch an. Wie gesagt, Leute, wenn es euch gefallen hat, schreibt einen netten Kommentar. Ich würde mich mega freuen. Lass einen Like da. Willst du noch was sagen? Mhhh. Mhhh. Genau. Lädst du beide Videos hundertprozentig hoch? Mhhh. Nein. 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 Okay, dann schaut euch mein Steam Tutorial an, wie man Steam startet. Da könnt ihr wirklich was lernen. Schaut es euch wirklich an. Ich versuch zu verlinken. Falls ich es vergesse, bin ich wie immer dement. Ich bin sowieso dement, also werde ich es eh vergessen. weiter untertiteln. Je XL videos outra sind zu verlinkt. Hh. Ich hab ziel greedy Ränz. Vielen Dank.